Vorbereitung Vorbereitung Ziel Nochmal Dass Wir am Ende Des Tages Vier Skripte Gemeinsam kreieren Aber Mehrheitlich Von euch Erstellt Dass ihr Genau Die Syntaktische Reihenfolge Versteht Dass sie Genau Erklären Könnt Warum Kommt der schritt Nicht Da Sondern Da Kleines Beispiel Thorsten Ich Ruf Dich an Ich Stell dir Kurz die nutzen methode vor und Du Bist Mein Kunde Kling Kling Telefon Klingelt Guido Bist Mal Schnell Die Sekretärin Thorsten hat ein Eigenes Mikrofon Beide Schalter nach Oben Ihr Seid online Also Kling 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 Du Gehst Dran Guido Fricke Grüß Sie Frau Fricke Hallo Frau Bayreuther Also wenn es mich gerade so herrn abramowitsch durchstellen dann richten sie ihm nur bei der gelegenheit gleich mal freundlicherweise aus dass er Bayreuther Schon in der leitung wartet ich bleib Dann Einfach Mal so lange dran Dankeschön 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 Ich Soll immer Fragen um was es geht herbei heute wenn sie ihm sagen dass es um die kommensurabilitätsvorschläge Geht Dann Richten sie Ihm Aus Ich Bin Schon Ganz Neugierig was Er Dazu Sagen Wird Danke Ich Bleibt immer so lange in der leitung sehr stelle ich sie gerne durch danke sehr liebenswürdig so klick klick jetzt sind wir hier bei torsten torsten Lieber herr abramowitsch Bayreuther mein name ich weiß sie können mit meinem namen nix anfangen oder Überhaupt nicht und genauso gut ist es möglich dass sie sich fragen was will der jetzt von mir wieso ruft er an Ja frage ich mich auch sage ich ihnen gleich und zwar ich sage es ganz offen denn für offenheit sind die meisten sehr schnell zu begeistern Es gibt ja viele verkäufer die quatschen da lange sprüche und formulieren und sagen nicht genau um was es geht ich bin ein Leidenschaftlicher verkäufer und wissen sie was ich bei ihnen vor haben mit ihnen vor habe ich möchte sie als neukunden gewinnen und wie das geht kann ich ihnen sogar erklären ist es denn grundsätzlich Möglich Mann wie sie als neuen kunden zu gewinnen oder sind sie gegen alles verschlossen Gegen alles nicht Kommt drauf an was sie mir da anzubieten haben prima stellen sie sich mal folgendes szenario vor Wir beide treffen uns für eine halbe stunde Wir trinken gemütlich kaffee und ich zeige ihnen einen weg schwarz auf weiß natürlich sie prüfen das zwischendurch Immer und lassen sich die entsprechenden beweise vorlegen und am ende des gespräches stehen sie auf und sagen 30 prozent weniger betriebskosten zwar nicht überall aber da wo es mir bislang immer ein bisschen bauchschmerzen bereitet hat Wir schauen uns in die augen und geben uns die hand und wollen das sinnvoll und seriös umsetzen Ist es auch für sie wichtig Kosten zu sparen wenn sie sinnvoll und seriös umzusetzen sind Kosten ersparnis ist immer wichtig Und Ja wenn sie mir das bieten können würde ich das nicht schon mal ganz das heißt für sie ist es von großer bedeutung wenn wir uns schon eine halbe stunde Gemeinsam ans bein schnüren Dass das blut weiter fließt Also eine halbe stunde würde ich mir das schon für seiten ausgezeichnet Nur mal so ins blaue gesprochen wir beide kommen an dem tag und so nahe dass wir das gemeinsam umsetzen möchten hat sich dann die halbe stunde für sie ausgezahlt Fühlt sich das dann gut dann hätte sich für mich auszahlen würde hat sich auf alle fälle gerechnet prima und damit es jetzt nicht nur Besprochen bleibt sie wissen ja viele verkäufer erzählen die früchte hängen tief man muss sich nicht mal Bücken um Dass sie das wirklich sehen Und gleich nach rechnen können wie viel das in ihrem betrieb ausmacht Meine frage was ist in ihrem kalender das 27.3 für den tag Schauen sie mal nach das sieben und 20.3 was ist von tag bei ihnen dienstag dienstag spielen sie da schon irgendwie irgendwas oder haben sie da noch zeit für geld Mittags Nachmittags ist mir nicht so mit dagegen anderer tag wäre vielleicht der donnerstag besitzen aber ihn aus die finde ich wollte sie gerade fragen definieren sie anderer Donnerstag moment muss ich schnell nachschauen habe ich nur noch 17 uhr und 19 uhr sie entscheiden Ja gut passt was passt dass sie kommt wann 17 19 17 uhr 17 uhr gibt es parkplätze vorm haus Reichlich und derzeit ja okay alles klar sie stellen den kaffee und ich die brötchen wie klingt das Prima dankeschön an welche e-mail-adresse schicke ich eine kleine bestätigung Hab ich mir notiert ich danke ihnen bis zum 27.3 auf wiederhören Das ist ein skript das sitzt einfach das sitzt weil Ich weiß auch nicht was ich sage torsten Keine ahnung ich könnte dir den ganzen tag das gleiche skript vorbeten es wäre immer anders zu 80 prozent wichtig ist Ich weiß wo in meinem gesprächsskelett Das schlüsselbein sitzt das brustbein die rippen Was ist das hier Ich weiß die oberschenkelknochen ich taste mich also an der anatomie der überzeugung entlang und Jedes skript Ist also wenn man es unter dem röntgen mikroskop betrachtet also da hier röntgen wären wir irgendwie alle gleich wir sind wir gehören ja auch alle einen derselben kybernetischen spezies an doch der guido sieht anders aus als ich Dein hemd deine wangen dein fleisch deine haare deine augen farbe das sind die worte die wir jeweils verwenden können und auch den unterschied ausmachen Und trotzdem ist der guido ein kybernetisches individuum Gehört aber zur gleichen spezies Das gleiche trifft zu wenn wir uns die nutzen kontrollmethode anschauen die liegt dem ein oder anderen Verkäufer halt besser der will halt eine kleine story erzählen weil er sein produkt liebt und weil das total viel gas gibt Und stellt darauf eine nutzen kontrollfrage Werden wir heute kennenlernen andere möchten gerne eine meinungskontrollfrage weil sie es lieben Dass sie nicht nur ein jahr zurückbekommen als rückmeldung ein jahr oder super oder schon Sondern weil sie es lieben dass der kunde gleich anfängt zu blabbern Und meinungskontrollfragen weil eine meinung nicht nur aus einem jahr oder supi besteht die geben vielmehr rückmeldungen hat man mehr informationen fühlt sich sicher andere verkäufer lieben es wenn sie eine bedeutungsfrage stellen weil sie wissen Sie können bestimmte Reaktionen hervorrufen Nun liegt es nicht nur an dem verkäufer welches skript er benutzt sondern Ein guter verkäufer kann zwischen 30 skripten hin und her springen es gibt einen grund die bedeutungsmethode zu benutzen für bestimmte produkte passen einfach bestimmte fragen nicht so gut und andere wiederum besonders gut knackige nutzen Erfordern zum beispiel die nutzenmethode oder nutzen kontrollmethode oder die Motiv kontrollmethode oder die Überfrachtungsmethode es gibt ja über 30 methoden und bei anderen wie zum beispiel eingehende anfragen